Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 8. Mai 2020. Und ihr hört die Geek Talk Daily 819. Heute mit den folgenden Themen Fake Follower, Apple Pay, Tile und Google Apps. Ja, gerade durch mit der Geek Talk News Folge, die wir heute sehr, sehr spät aufgenommen haben und somit gleich in einem Wisch noch mit der Daily durch. Und dann ist die Woche auch schon wieder fertig. Was habe ich heute für Themen? Ich habe es vorher erwähnt. Spotify, die haben ganz eine grobe Aktion gemacht und Fake-Content gelöscht. Man kennt es ja wie bei Social Networks und so weiter. Gibt es Menschen, die sich Fake-Follower kaufen müssen, um besser dazustehen, mehr verkaufen zu können etc. Und so ist es natürlich auch bei Streaming angeboten. Da gibt es schon länger Gerüchte in der Richtung. Und ja, jetzt ist es passiert. Es wurde fleissig gelöscht. Und dann gab es Musiker oder Künstler wie der DJ Mr. Danos. Das ist ein Zürcher DJ, ein Haus-DJ. Der ist von 39.000 Followern zurückgeflogen auf 2.200 Follower. Peinlich, peinlich. Da war der eine oder andere Gekaufte wahrscheinlich drunter. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann auf die Zahlen auswirkt bei dem jeweiligen, schlussendlich auch beim Einkommen. Wenn die Fake-Follower, die kann man ja auch so kaufen, dass sie Fake-Minuten generieren und somit Fake-Geld oder eben richtiges Geld rausbringen schlussendlich. Aber auch international hat sich das ausgewirkt. Der eine oder andere Künstler hat so die eine oder andere halbe Million oder zwei, drei Millionen Follower flassen. Und wir haben anscheinend in der Schweiz eine Luzerner Skandal-Rapperin. Die hat 50.000 Follower verloren, was bei ihr aber nur 5,3% ausmachen. Bei ihr war ja schon länger das Thema draussen, dass sie bescheisst etc. Ich bin da zu wenig mit drin, um genauere Auskunft zu geben, respektive das auch zu wollen. Und somit würde ich sagen, gehe ich mit dem Thema weiter. Etwas, was wir eigentlich anders erwartet hätten. Vor kurzem hat ja die OBS, die Schweizer Bank, bekannt gegeben, dass Apple Pay bald kommen wird. Dieses bald ist schon ein sehr ein dehnbarer Begriff, wie wir wahrscheinlich auch befürchtet hatten. Nachdem sie jetzt gerade am Dienstag, ich habe darüber berichtet, Samsung Pay und Google Pay rausgehauen haben, heisst es, dass es für Apple Pay noch bis in den Sommer dauern wird. Auch so lange dauern wird es bei Raiffeisen. Die haben ja am Dezember verkündet, dass es im Frühling soweit sein wird. Also irgendwas um März rum. Ende März hiess es dann, dass es Sommer wird, weil die Verhandlungen anscheinend mit Apple ein bisschen länger gedauert haben. Zu guter Letzt, nee, zwei Themen habe ich noch. Teil, die Geschichte, worüber ihr Gadgets oder euer Telefon oder Schlüsselanhänger oder Computer oder was auch immer finden könnt, integrieren sich ja immer in mir. Zum Beispiel auch bei Sennheiser in die Momentum 3 Kopfhörer, die ich ja unter Achim habe. Und die haben jetzt einen weiteren Kooperationspartner zu verkünden, nämlich Intel. Damit soll der Teilprozessor oder die Teilgeschichte auch in diverse Computer Einzug erhalten. Das ist nicht die erste in dem Bereich. Anfang des Jahres hat man schon mit HP eine Kooperation eingeschlagen. Das nehme ich an, wird jetzt nochmals ein kurzer Aufschrei sein, bevor Apple, man munkelt ja, Apple ist mit seinen Tags mittlerweile so weit, dass es nächstens rauskommen wird. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Dann noch zu guter Letzt hat man bei Google anscheinend doch gemerkt, dass dieses, wir machen da mal einen Messenger und da noch einen und ja, dieser Dienst könnte auch noch einen Messenger vertragen und den stellen wir ein und den nächsten auch und den sowieso, weil ja, nutzt eh keiner. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt gibt es einen zentralen Verantwortlichen, dessen Name ich jetzt nicht ausspreche, doch, Vorname, der Javier, der ist jetzt Vizepräsidenten, also der ist Vizepräsidenten, General Manager für die G-Suite und zukünftig eben verantwortlich für die ganzen Messenger-Geschichten. Jetzt hoffen wir doch, dass sich das positiv auswirkt auf die, wie viele Messenger hat Google aktuell? Viel zu viele, auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Das war es mit den heutigen Nachrichten. Für all diejenigen, die über das Wochenende arbeiten dürfen, gilt natürlich fleissiges und happy Arbeiten. Für alle anderen ein schönes und bald startendes, erholsames Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet, dann ist der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.